Die nächste Runde die nächste Runde die nächste Runde mit Chakas und Donnie und Don Cojones genau der Klötenmann Donnie Donnie Ich steh auf meinem Kabel, Alter, so'n Kack Achso, ich muss ja, halt, warte, warte, warte Soll ich noch mal Killer machen, oder was? Ja, mach noch mal Mach ich Das macht dir doch Spaß, Leute, zu tranksalieren, ja? Das ist das Optimale Das kann man mal machen Was machen sie beruflich? Ich kille Leute So, weißt du? Ich kille gerne meine Freunde Wollen sie mal Wollen sie mein Freund sein? Haben sie Freunde? Darf ich Mama zu dir sagen? Nein Aber warum denn nicht? Ich hab alle superzogen Was? Ach Ach Na ja, so schlimm ist es nun auch nicht Ach, du mal geguckt, wo du hingezogen bist, Jo? Äh, wo sind wir denn jetzt? Du Thomsons Haus Das Thompson Haus Ich hasse die Map Ich Ja, warum? Ich hasse die Map Weil Ich hasse dich Weil Crap Weil Crap Weiß, dass du mich hasst, aber das macht nix Ich hab dich Was? Ich will Kekse Und ihr? Zubolaate Ich mag Züge Fuck Ich bin so blöd, Alter Ich kann das nicht Das macht ja nix Ja, ich finde schon Ich kann das nicht Das finde ich nicht nett, was ihr da jetzt gemacht habt. Was haben wir denn gemacht? Was du machst ist besser? Was macht ihr denn so? Ja, wir versuchen zu fliehen. Das finde ich aber gar nicht nett. Was macht der so nett? Der tötet Leute. Ja, das ist super. Das ist doch nicht so ein scheiß Ernst. Du stirbst heute noch an bestialischen Husten ohne Schein. Ich liebe es. Dazu, hast du gehört? Dazu sage ich nur eins. Wick dich, du Hustensohn. Ja, toll, aber es ist kein Haken in der Nähe. Jedes Mal, ne? Immer das gleiche mit dem Haken, oder? Ist doch furchtbar. Mal einen Haken dran. Kriegst du mich heute nicht mehr? Du bist ein sadistischer Penner. Warum? Das ist die Strafe, weil du meine Haken kaputt machst. Ja und? Die Strafe, weil du meine Haken kaputt machst. Sag mal, wo ist denn da der Haken? Ach, da vorne ist einer. Nein, der ist auch dreckig. Warte, der ist dreckig. Ohne Scheiß. Der ist nicht dreckig. Der ist nur rostig. Das gibt einen blauen Fleck. So. Ähm. Steffi? Ja. Komm her. Okay, komm zu dir. Hab dich gesehen. Aber Moment, hast du Schokolade? Ja. Was ist Schokolade? Ja Martin, da guckst du doof, ne? Ich weiß, dass jemand hier in der Nähe ist. Was du alles weißt. Was du alles weißt. Oh, Dennis. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Wenn du sagst, dein Wort in Gottes Gehörgang. Oder in Donnies. Das ist jetzt aber nicht nett, weil jetzt irgendwie, ich glaube, diese Runde werde ich verlieren. Meinst du? Du hast doch noch gar nicht angefangen, oder? Du spielst doch nur. Er will doch nur spielen. Ich tue doch nichts. Boah, da bin ich mir nicht so sicher. Nee, nee. Ich muss euch irgendwo, irgendwo Seite doch. Natürlich. Ja, wir sind auch wo. Am Ausgang. Am Ausgang. Nee, am Ausgang nicht. Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber fast. Du kleiner Hustensohn. Denk dran. Wenn du gewinnst, ne? Böse Husten. Bis zum nächsten Mal. Ach, f*** dich doch. Alter, wärst du mich jetzt gefunden? Bist du bescheuert? Alter, nein. Du bist da lang gelaufen. Alter, backscheiße hier. Fuck. Aber ich hab dich nicht gesehen. War auch hinter dir. Das ist schon fies gemacht, dass du... Also, das heißt fies, aber eigentlich auch gut. Du hörst das Klopfen, aber weißt nicht, woher. Ja, eben. Ja, ja, hier ist ein Haken. Ja, dann häng mich doch auf. Dann häng mich doch auf. Nee, nee, nee. So, wirst du, du Spasti. Renn mal nicht weg, bleib mal hier. Hallo, ich wollte mich mit dir unterhalten. Danke. Stellst mir eine Falle hin. Oh, bitte, stell mir eine Falle hin. Auch noch. Oh, ja, bitte. Was machst du denn? Oh, bitte. Oh, ich wollte... Nein. Wenn ich jetzt geflüchtet wäre, ne, und ich würde das probieren und hätte jetzt die fünfprozentige Chance wahrgenommen und wäre geflucht, wäre ich voll in die Falle gerannt. Tja, und nun, jetzt hänge ich hier eine Schwindung hoch. Au. Okay, ich sterbe jetzt. Tschüss. Ich würde nicht herkommen. Ich würde nicht herkommen, geht zum Ausgang, such die Luke, ist mir schmutz. Der gammelt hier rum, lass den hier gammeln, der stinkt. Ich dachte, du bist nicht alleine. Doch, doch, lass mal, ich bin eh gleich tot. Sag doch mal. Nee, 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 geh nur. Geh, komm, rette dich. Frauen sind wichtig für die Welt, Männer gibt's genug, so. Also, Donny, komm, ich brauch meine Falle, gib mal. Ja, sag mir, du bist da. Hallo, hey. Herr Corleone, ich hätte gerne meine Falle jetzt. Krieg ich die jetzt mal? Jetzt gib die her. Nein, kriegst du nicht, nein. Der Sparten, weiß ja, der redet nicht mit mir und der rennt immer weg. Nein, 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 nein. Der rennt aber die ganze Zeit immer nur da, der ist rum. Ich bin tot. Ich bin tot. Sehr schön. Du hast es geschafft, oder was? Das heißt, ich war beim falschen Ausgang. Ja, ich hab den Ausgang in den Blick gehalten und halt Hendrik, ne? Ja, das war man bewusst und deswegen finnest du Wasser. Ach ja. Du hast nicht komplett gewonnen. Nee, ich hab nicht komplett gewonnen. Bist du doch mal Killer, oder? Ich kann auch was anderes machen, aber wenn ich dann switche... Dann würde ich gerne... Genau, und nimm einen anderen Killer. Probier mal was anderes. Mach doch einfach. Wir machen jetzt so hier, Slash... So... Geht nicht. Nee, geht auch nicht. Musst du die Gruppe verlassen. Ja, weiß ich, es war jetzt... Ich hab doch noch... Naja, wegen der Folgen, die hab ich ja noch 10 Minuten. Deswegen machst du noch immer Killer und dann können wir wechseln, oder? Mach ich noch einmal Killer und dann wechseln wir und dann... Aber bevor... Aber wenn wir dann wechseln, geh ich doch einen rauchen. Aber ich mag die anderen beiden nicht. Ja, mach dann X. Das ist nicht unser Problem. Das ist doch völlig Wumpe, wie wir uns reden kommen. Hauptsache tot, oder? Also, würd ich jetzt sagen. Ja... Na dann. Aber ich muss sagen, der Kettensägenmann, der ist... Ja, weil wenn der mit der Kettensäge läuft, kannst du halt nicht wirklich lenken, ne? Ja, leider. Aber wenn es trifft, dafür... Wenn du aus dem Stand beim Rennen triffst, dann bist du tot. Also, der andere. Ja gut, dann ist der andere tot. Auf jeden Fall. So, widerlich trifft's. Ich spiel ja mit. Wieder die Farm. Ja. Irgendwie ist nicht dein Ding, oder? Nee. Lass mich nicht. Huuuuhi. Kack. Arsch. Fallensteller. Alter. Was zum Geier. Ja klar, Fallensteller, hat er ja gesagt. Das hat die anderen nicht mag. Na und? Hätt ich reinkommen, dass ich auch noch sein Pappen trink. Nie und never. Was machst denn du da? Warum brauchst du da rum? Hast du was verloren? Ja, mein Handy, meine Verdachtlinse. Moment, ich brauche auch schon meine Verdachtlinse, ja? Donny, hilfst du dir mal suchen. Ja, mach ich. Oh, mein Handy, hilfst du, ich bin ja nicht. Huch, au, alter, was zum Gekko. Nein, der Haken mag es nicht. Oh komm, ich will den pinken. Der ist pink. Sieht nur so aus, dass er nicht pink ist. Nein, das ist rot. Männer haben doch gar keine Ahnung. Das ist voll gemein. Das ist doch zum Kuchen. Nein. Danke. 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 Da ist es brauche. Da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Das ist glaube ich. Na wer hat denn da Husten, hm? Da Husten, die Pipps. Alter, ich bin verschrocken. Scheiße. Wo ist das jetzt? Hey, 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 hey. Also ich will ja mal nix sagen, aber es ist ein bisschen Nerven auf einem Grad. Ach nur minimal. Na weil der Specknacken jedes Mal da ist, wenn du nicht brauchst. Aber der Specknacken könnte. Darunter in der Hand von der Hand von der Handlustreute. Ach nur Gedämpferde. Auch bei der Handlustreute. Mein Gott, haben mich so viele Generatoren. Das ist gar nicht so einfach, Alter. Nein! Alter, wo kommst du denn du auf einmal her, ey? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Ja, ich bin von der Schrauben, du Deppe, hör auf mich zum Kack. Du bist Mörder, kein Gespenst, okay? Das macht nix. Alter, die Scheiß-Gel-Wickel-Taste. Ich bin zwei Tasten in die Haste. Ach, fuck it. Ey, Dennis. Aber der ist trotzdem hinter mir, der Drecksack, weißt du? Du scheiß Schlechter, ey. Ach man, leck mich doch am Sack. Das kann doch nicht sein, ey. Weißt du, der gibt sich so ne Mühe, mich zu retten. Und du blöder Heini hackst mir wieder ins Knie. Ne, 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 nicht. Ach man. Ja. Alter, ich lass einen fahren, da fällst du um. So, tschüss. Boah. Alter, das geht nicht. Alter, das geht nicht. Alter, die Scheiße da. So scheiß ein Dreck. Gibt's doch nicht. Was gibt's denn nicht? Was gibt's denn nicht? Kaffee doch. Hast du's geschafft, das abzuhauen, ey. Wegen dem scheiß Maisfeld sieht man nix. Hehehe. 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 Alter, du bist so n... Du bist einfach so n Killer. Hehehe. Hehehe. Die Runde ist schlecht. Das sagt er in jeder Runde, weißt du, dann gewinnt er, der Drecksack. Na komm, vorhin hast du recht gehabt. Ja. Wieso? Die Runde fand ich gut. Naja, meinst du? Hehehe. Ja, für uns. Hehehe. Hehehe. Ja, nur wieder. Ich hab dich gehört. Ja, ich hab dich auch gehört. Ich hab dein Stöhnen gehört. Hat's wieder im Gebüsch gesessen, wa? Ne, ne. Im Schrank. Ihr hattet Schrankdienst. Ja, deswegen habt ihr auch gestöhnt. Hehehe. Huch. Huch. Tschüssi, schöne Welt. Hast du zum Trocknen aufgehängt, ja? Hehehe. Jaja. Du bist aber schnell getrocknet, Mann. Hehehe. 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 Nein! Fuck! Scheiße! Das steht da einfach, weißt du? Kommt er da so dreckig um die Ecke gelatscht? Der P nimmt. Das kann doch nicht sein. Du blöder Holm, ey. Boah, Dennis, geh weg, Mann! Was? Ja? Das muss er sehr spannend machen. Boah, geh weg von Dennis, Alter. Ich beiß den ins Knie. Wo ist der? Ich bin mal vom Teufel. Nein! Nein! Ach! Ich ja, ich bin den. Scheiße. Ich hatte noch nie so viel Spaß beim Sterben wie gerade eben. Wickeln! Ja, ich wickel doch. Wenn ich noch mehr wickel, dann muss ich einen Knie aus dem Bett holen. Das ist doch nicht wahr. Los! Ich hab das, ich hab das. Los, los, los! Ne, 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 ne. Fuck! Dennis, ich kämpf schon. Wenn du abhauen kannst, dann hau ab. Wie viele Generatoren haben wir denn? Wir brauchen noch zwei. Für was? Für die. Oder halt die Luke. Dennis, such dir die Luke! Skywalker. Skywalker. Was war denn das? Was war denn das? Was war denn das? Ich suche Dennis. Ja. Soll ich dir sagen wo er ist? Das sagst du ja eh nicht. Aber... Naja... Warum soll ich das auch machen? Ich bin ja nicht doof, ne? Das war ja immer der 90. Hey. Doof bin ich nicht. Ich bin nur vielleicht manchmal ein bisschen dämlich. Doch! Ja! Das machte ich mir vorhin auch! Alter, der steht da vor allem mal hinter dir. Weißt du, ich weiß gar nicht warum. Ihr macht aber komische Spielchen. Ich hätte so gefeiert, wenn du vorbeigeeiert wärst. Das ist aber auch mies, also die Luke zu finden ist echt hart wo. Ja, entweder du findest die Feuer aus Zufall oder gar nicht. Ich hab jetzt auch geguckt wo er gelaufen ist, ich hab ihn nicht gesehen. Das sind schon wieder 25 Minuten rum, das ist schon wieder eine Folge weg, du. Gibt's noch nicht. Das ist hart, ne? Alter, so derb. Gut, dann sag ich mal tschüss aus der Folge und dann bis zur nächsten quasi.